Yo Leute und willkommen zu zwei FFAs mit der Handcam. Wir spielen in einem FFAs Genji und in dem anderen Hanzo. Ich hatte gerade schon einen Aufnahmenversuch, nur die Spiel-Audio war mir zu laut und deswegen war ich es neu. Und ja, ich hoffe, sie ist jetzt leiser. Muss ich dann halt nachschauen. Wenn nicht, muss ich noch eine Aufnahme machen. Aber ich hoffe, das passt so. Und ja, Alter, dann gehe ich direkt. Ich bin gerade krank, deswegen höre ich mich auch so scheiße an. Ähm, jo. Nein, nicht mit mir. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich gebe jetzt die Heilung und du nicht. Gut, Dankeschön. Du bist tot. Gerade in der Hanzo-Runde. Äh, ich war schon bei der Hanzo-Runde und da habe ich halt auch gegen Warthog gespielt und sogar lächerlich gewonnen. Weil Warthog ist ein FFAs. Da ist er. Da ganz unten. Das ist er. Gut, er ist zwei Mal gestorben. Das finde ich verdient. Haha, abgestaubt. Haha, abgestaubt. Haha, dann hier geklaut. Komm, stirb. Ja, Tribal Kill. Ich bin professioneller Abstauber. Der, der war unmütig. Okay, easy. Und ich wollte mal fragen, ob ihr Bock hättet, da ich wieder mehr hochlade und weniger Livestreams mache. Also, mehr Livestreams und halt weniger hochladen dafür. Äh, also ich hätte Bock, da mal mehr aufzunehmen. Könnt ihr ja entweder in die Kommentare schreiben oder halt einfach das Video liken, dann sehe ich. Entweder, euch gefällt die Handcam. Könnt ihr auch reinschreiben, falls ihr es nice findet und ich das öfters machen soll. Und ihr könnt auch reinschreiben, wenn ich wieder Videos machen soll und weniger Livestreams. Weil ich hab wieder richtig Bock auf Videos. Wenn ich gesund bin, dann guck ich auch, da ich dann wieder ein bisschen mehr hochlade. Belastend abgestaubt. Ist mir aber relativ egal. Schlecht. Er hat nur zwei Kills, der Tokos letzter Runde. Ich find's gut, weil ich hasste den richtig. Okay. Okay, let's go. Down. Down. Easy. Okay, komm. Ich geh mal zu denen hoch, weil es hier besser ist. Eigentlich war es ja so komplett sein Kill, aber ich stoppe ihn einfach ab, weil... Jo, weil ich spiel jetzt auch mal lächerlich. Oh, fuck. Schnell raus. Komm, geh. Hier, hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Gut, dann nicht. Ich wollte ihn eigentlich runterboosten, das wäre lustig gewesen. Ach nee, der Uartag ist schon wieder in dritter Platz. Okay. Komm, jetzt lächerlich abstauen. Hat ja nicht so gut geklappt. Oh nein, oh nein. Wenn man abstoppt und verkackt. Das war fast. Das war richtig fast. Ah, der war ja schon angeload. Okay. Ja, komm. War mir egal. Ich wollte einfach nur die zwei Kids machen. Hm. Fünf Kids noch. Nice. Boah. Am Arsch. Cool. Lächerlich, wie ich alles von den anderen nutze. Aber so muss man hier spielen. Weil sonst kann man nicht gewinnen. Oh, ich brauche ja nur zwei. Ja, komm. Es wäre so ein schöner Kill gewesen. Nee. Nee. Darüber. Und heftig abstauben. Gut, dann nicht. Gut, dann. Darüber. Gut, dann. Halt darüber, Alter. Alter. Ja, Mann. Jetzt noch mal kurz, was man machen kann. Okay, GG. Und dann sehen wir uns gleich auch in der zweiten Runde mit Hanso wieder. Bis gleich. So, Leute. Und da sind wir in der zweiten Runde. Mit Hanso diesmal. Oh, nee. Nicht der schon wieder. Hm, komm. Ich fälle gerade hart rein. Leck mich. Es hat geklappt. Oh mein Gott. Komm, geh dir mal. Geh dir mal ein Leben suchen. Ich würde es dir empfehlen. Und warum spiele ich gegen so High-Level, Alter? Digga, die sind einfach levy. Ach, du Scheiße. Hi. Belastend. Belastend. Das ist unfassbar, Alter. So muss das. Ach, komm. Normal. Habe ich ja einen Aim mit ihm. Aber heute ist irgendwie nicht so. Wohl vorhin hatte ich auch ganz gute Shots. Oh mein Gott. Hey, brother. Leck mich. Leck mich. Lächerlich. Der legte einfach einen Sinn. Nicht dran. Gut. Verreckt. Verdienen. Lächerlich. Das ist doch mal wieder eine Spitzenleistung, ey. Ich habe ihn so gehört. So muss man spielen, Alter. Muss durchgehen auf Solo-Its gehen. Weil sonst kriegt man hier keine Kids. Alter. Ich werde so sterben. Komm. Geht weg. Geht alle weg. Muss um ihn rum und ihn juckt es nicht. Verdient. Verdient. Oh mein Gott, ist mein Lack gerade hoch. Und weiter. Ja, das ist gut. Das ist doch lecker. In deinen Arsch rein. Ist der an so runtergefallen? Nö. Oh, gut, dass er nicht auf mich ging. Wohl, jetzt sterbe ich. Trotzdem durch den Junkrat. Nein. Nein, als ob ich daran sterbe. Ist mal wieder so typisch FFA. Auch wenn ich noch nie gegen so viele Junkrats auf einmal gespielt habe. Hat er Goldwaffen für Widow und Genji? Nice. Man könnte ja so um die 8 Goldwaffen machen bei den Levy Alder, wenn man die ganze Zeit Ranked spielen würde. Also er ist ja Levy 800, deswegen Pro und Levy Alder. Nein, geh weg. Geh weg. Lächerlich an der Stelle so. Muss mal gesagt werden. Als ob ich kein 1-Things-Getter... Habe ich gewonnen? Oh mein Gott, nice. Ja, man. Ja. Gigi. Wie ich ihn gerochen habe, ist so ein lächerlicher Versuch von hinten zu kommen. Get down. Get fucking down. Okay, damit würde ich sagen, das war's mit der Runde. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt. Oder mehr so Commentaries, wie ich Quickplay spiele oder Ranked. Hier geh ich mal raus, gar keinen Bock. Und ja, also ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen live streamen, wenn ich Season 8 hier spiele. Wenn ich noch dahin komme, aber safe. Wenn morgen, weil ich bin ja schon 11,9 und ich habe den gestern Abend gekauft. Also ich spiele noch nicht lange an dem. Und ich habe 11 Lootboxen. Und das wird dann so bis 25 gehen und dann öffnen wir alle wahrscheinlich. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wie schon gesagt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da für öfter so welche Videos oder mehr Livestreams. Und ja. Demnächst kommen noch Fortnite-Videos. Mit Freunden und so. Und dann versuchen wir noch Wins zu geben. Und dann würde ich sagen, das war's. Und ciao. Yo. I ain't here for the money. I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come along and see it's true. But the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride. Bis zum nächsten Mal.